Ich bin ja echt mal gespannt, ob sie wirklich Mafia 3 auf den Markt prägen. Wenn ja, dann sind das auf jeden Fall Let's Blade. Auf jeden Fall ist das Let's Blade. Ah nein, nein, nein. Okay, ich brauch ne andere Kiste mal. Darf ich mal? Da ist er, verdammt! Dankeschön. Ich leih mir den nur mal kurz aus. Oh nein, er bringt uns alle um! Nee, hatte ich eigentlich nicht vor, aber ist okay. Na komm. Es ging mir nur darum, dass ich mal meine Kiste wieder auf die Räder krieg. So. Ja, haben wir es jetzt mal bald. Dankeschön. Na, dann suchen wir mal Joe, wo auch immer der wieder rumlungert. Wo ist er denn? Oh, wahrscheinlich. Ah ja. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiose, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß. Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Schau, Henry, alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also, ich hab einen Job für dich. Bring gute Kohle. Ich brauch Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Ähm, das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überleg nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist doch Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Aniello. Hier ist die Adresse. Grüße von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir 600 Dollar pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, ne Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also, komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Alles klar. Fahr zu Maria Agnello in Little Italy. Das sollte ja gleich um die Ecke sein. Na, es ist auch sogar gleich um die Ecke. Wir sehen uns. Gut. Hey, da. Hau die Karte an, wir fahren los. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist einfach geil. Nach so langer Zeit mal wieder ein Third-Person-Shooter zu spielen. Einfach nur epic. Ich meine, Hitman Absolution ist ein geiles Spiel, ich bin klar, aber ich muss auch mal ein bisschen abwechseln. Ich glaube, ihr versteht das. Boah. So. Schauen wir mal. Das muss ja hier irgendwo sein. Ich würde ja sagen, das ist da an der Tür hier, ne? Nee, nicht so ganz. Irgendeine blinkende Tür brauche ich. Ach, da sieht irgendeine blinkende Tür aus. Da, haben wir es doch schon. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Äh, Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaussichtsmittel. Ja, hab ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Äh, ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Ja, kein Problem. Na dann. Irgendeiner wird ja gerade zusammengeschlagen, oder? Wer kommt hier jetzt mal? Ach, nochmal. Geil. Geil, nochmal dasselbe Lied. Ja, sichere Fahrweise oder auch Geschwindigkeitssgrenze genannt. Der Vortereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen sie das? Hab nur geraden. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steig also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's den Treppe rauf zum Grupp vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Ich doch nicht. Ich weiß noch mal, im ersten Let's Play, als mein Blendeds durch Homeoffice 2, hab ich den Alarm ausgelöst. Das will ich dieses Mal anders machen. Das war ich dieses Mal ganz bestimmt ein bisschen anders. Wie viel Kohle hab ich eigentlich da, oder? Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Okay, alles klar. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Na dann, das Amt ist wirklich direkt gleich irgendwo da. So. So, wie mach ich das jetzt am Dünnsten? Ja, wir stellen die Karre einfach fluchtbereit so schon mal in die Gasse rein. Oder auch nicht. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass man da einfach so reinfahren kann, aber nein. So funktioniert das natürlich nicht. Also, jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Aber gut. Ja. Warum drücke ich echt die Leertasse? Hätte einfach ein simples Zugrennen und das Aktivieren der Sequenz auch gereicht. So. GC. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. GC, genau. Bleib versteckt. Hier sind überall Wachen. Schauen wir mal. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Ach, dummes Geschwätz. Ich drehe mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Ich habe das Gefühl, dass gleich einer um die Ecke kommt. Der Pfeil bewegt sich doch. Ich müsste ihn eigentlich jetzt schon längst sehen. Hä? Nee, ich will erst runter in den Keller. Da oben ist eine Wache, okay. Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen und fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? So. Der ist dann erstmal außer Gefecht. Muss ich nur noch irgendwie... Oh, scheiße. Das hätte jetzt schief gehen können. So, gute Nacht, Arschloch. So. Müssen wir nur noch den Typen irgendwie ausschalten. Sind hier nur drei Wachen. Und auf einmal ist der Stuhl weg. So. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Gut. Wir müssen den Keller finden. Nur wo ist der? Ich will im Keller den Strom abschalten. Geht's hier in den Keller? To the second floor. Hier muss doch... Out of order. Out of order. Was zum Teufel. Irgendwo muss auch hier eine verdammte... Tür sein. Die in den Keller führt. Auch out of order. Äh. Wo ist die verdammte Kellertür? Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Und dann liegt er natürlich ganz gechillt. Ja, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Finde den Safe und stehe die Marken. Nein, ich will erst hier irgendwo den Strom abschalten. Hä? Ich muss eine Etage tiefer wahrscheinlich, oder? Ne. Ich gehe... Die Tür hätten wir offen lassen können. Verdammt. Ne, jetzt mal im Ernst. Ich muss erst irgendwo hier im Erdgeschoss den Strom abschalten, bevor ich irgendetwas mache. Also, ich habe keinen Bock, dass das jetzt irgendwie... Wo lang? Das ist jetzt die große Preisfrage. Wo muss ich lang? Hier komme ich her. Out of order. Ja, schon klar. Hä? Wo ist dieses... Wo ist das scheiß Stromgenerator, den ich abschalten muss? Ich bin mal wieder... Ich stelle mich bestimmt gerade total blöd an. Ich bin bestimmt jetzt fünfmal schon dran vorbeigelaufen. Ähm... Ah. Ah. Das sieht schon mal richtig aus. Hier sieht... Das sieht richtig aus. Ist hier was? Ne, nicht wirklich. Das muss irgendwo ein Stromgenerator sein. Ah ja, hier. Ne. Aha. Sollen wir hier unten... Aha. Hier steht also, einer muss permanent schaufeln. Hä? Das war ohne Scheiß. Wo war der scheiß Stromgenerator? Da komme ich her. Ich bin auf jeden Fall hier irgendwo richtig... Ich bin hier richtig. Halt. Das Panel hier hinten? Nö. Ah, hier. So. Safe Alarm ausgescheit. Ich wusste doch, dass das irgendwo im Keller war. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal den Safe knacken. Wachen sind jetzt keine mehr da, wenn ich das jetzt richtig sehe. So. Alarm ist hier aus. Jetzt können wir auch ganz gechillt uns die Marken klauen. Geh raus. Okay. 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 Vielen Dank.